Hey Leute, hier bin ich wieder, der Mr. Baby Mario 64 und die Sandy. Und als wir hier letztes Mal diese Treppen so runter geschwabelt sind zum Aufzug, haben wir auch den Part beendet und jetzt geht es aber hier weiter. Aber du stehst in meinem... Sag mal, hat dich gerade Webascap ange... Nein. Dann war das bei mir. Dann hört man es vielleicht. Und jetzt sieht man meinen Aufbau. Aber ob die das wirklich so genau berechnet haben? Wieso sollten die das tun? Ich meine, ich würde es cool finden. Und ich würde das vom Portal 2 sogar erwarten, aber ich weiß nicht. Die menschlichen Testsubjekte forderten für den nächsten Test Helme, um Hirnverletzungen vorzubeugen. Ich wählte die kostengünstigere Variante, tödliche Schmiere. Nein. Okay. Ein schwerer Fall eines leichten... Nein, ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens könnte vorliegen. Dann fällt schon wieder was auf. Was? Was? Fällt dir was auf oder was hast du gesagt? Äh, ja. Ja, genau. Nix. Ach so. Sag mal. Bist du wieder alleine oder... Also, wieder. Das letzte Mal was auf nicht alleine, aber... Ja, irgendwelche Stimmen. Ich höre Stimmen, die gar nicht da sein sollten. Ui. Ah. Wieso ist das Stimmen? Du hörst was? Was hörst du? Ähm... Einfach... Also, nichts deutliches, aber einfach nur... Ich weiss, dass da jemand anderes noch redet. Oh... Ja. Ja... Ja, da stirbt keiner. Ok, warte mal... Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich bin hier oben. So, was machen wir jetzt hier? Also nichts, okay. Die Lichtbrücke habe ich jetzt geholt. Also das heisst, ich habe die Lichtbrücke. Und eigentlich solltest du sie haben. Ich sollte sie haben? Ja, geh nochmal da nach oben. Das ist einfach besser. Kannst gemeinsam drüber schreiben. Okay, so. Und den Rest findest du schon alleine raus. Das habe ich befürchtet. Du hast immer schneller. Wo bist du? Hm, so ein Jahr. Ja. Oh, okay. Okay, wir müssen neue Berechnungen machen. Ähm. Wie kommst du weiter? Wie kommst du da drauf? Geht's jetzt vielleicht? Ganz schnell. Warte. So. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich treffe mein Portal nicht. So. Nein. Ja, 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 ja. So. Ah, okay. Gut. 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 Ich habe mich können einfach drauf denken. Okay, ich glaube wir müssen noch drüber. Ah. Bin ich im Weg? Okay. Okay, nein. Jetzt. Du. Was ist dort unten? Ähm. Nix. Also eine Plattform. Okay. Okay. Du, Nix. Du musst hier bleiben. Weil letztes Mal, als wir hier waren, da bist, ist der mit der Brücke zuerst gesprungen und einfach durchgelaufen und der andere hatte dann keine Brücke mehr unter den Füssen. Ah, okay. Gut. Ja, das wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen. So. So, wieder. Willst du wieder Glados verstopfen? Oder verstopfen? Sie sagt nichts. Wir sind so schlecht, sie. Jetzt verspricht ihr die Schlage. Ähm. Ja. Macht dir das Spass, oder? Ich weiß auch nicht. Ich weiss nicht. Let's Play Verlängerung. Äh. Herausforderung. Haha. Nein. Das war jetzt, ehrlich gesagt, unabsichtlich. Ich habe eben gezogen und irgendwie weiss ich dann nicht, wie weit ich mich laufen kann. Im Zoom-Modus. Hm. Okay. Okay. Wann müssen wir eigentlich? Ach komm einfach, rauch mal rauf. Ui. Ui. Was, was du jetzt gerade gemacht hast, das erinnert mich an einen Strudel, der uns so quer hinaufschleudert. Einen gewissen rauf mit klassischer Musik. Vielleicht noch eine Röhre irgendwo. Nein. Äh. Ja, ich weiss. Ich bin spuchbar. Ein spuchbar? Hä? Ah, okay. Das, okay. Ich weiss, ich bringe mich jetzt um. Nein. Oh Mann. Ich lebe noch. Will ich? Das glaube ich dir nicht. Hier unten bin ich. Okay. Ist echt ein Spassvogel. Jo. Ähm. So. Ehrlich gesagt weiss ich nicht mehr ganz, wie das hier funktioniert hat. Warte, ich habe eine Idee. Wirklich? Wir könnten das ja so machen. Warte, ich komme. Ach so, jetzt hier weiter. Ja, ich weiss es nicht. Oder vielleicht soll ich es ein bisschen höher machen. Höher! Warte, nee. Hier, so hin. Und dann... Wie funktioniert hier das nochmal? Also ich weiss, einer... Wo ist eigentlich der Ausgang? Ach so, da oben vielleicht? Ja, ich glaube, da oben. Und was ist dann hier oben? Also meinst du jetzt da oben? Ja. Also da weiss der Ausgang. Ach so, okay. Und wir müssen aber weiss jetzt das hier, oder wie? Also irgendwie war das hier... Irgendjemand musste etwas mit den Brücken machen und der anderen musste immer mit Schwung irgendwas machen. Und dann... Aber... Wie war das nochmal? Also mit dem Tramp... Mit dem Trampolin oder mit dem... Ja, wie heisst dieses Ding nochmal? Weisst du das? Also das da... Katapult? Ja, Katapult. Ja, Katapult, genau. Aha! Fliege! Fliege! Vogel! Vogel! Wo? Bei mir! Ach, okay. Fliege tot. Also ich hätte gedacht, dass es gerade ein Vogel in deinem Zimmer... Ein Vogel in deinem Zimmer... Ja, ich habe das jetzt gerade nur gesungen mit dem Wheatley. Yay! Warte, was muss ich jetzt eigentlich tun? Ja, eben. Also... Ich weiss nicht mehr genau. Einer war etwas wegen den Brücken und der andere war... Etwas wegen dem... Sonst geh du nochmal nach da oben. Hattest du schon eine Idee? Also... Achso, ich muss eh da drüber. Yeah. Yeah. Eigentlich wollte ich sagen, ja. Ja, also geh nochmal nach... Ja! Das war richtig, glaube ich. Das erste Mal, ja! Okay, ähm... Ja, ähm... Ich glaube, da muss ich jetzt da eine Brücke machen. Aber ich glaube, du musst... Oder? Muss ich jetzt in welche Brücken machen? Nein, ich muss Brücken machen, aber du darfst da nicht runter springen. Äh... Du musst dort oben zuerst ein Portal erstellen, glaube ich. Oder? Ja! Kannst du das? Ist dort so eine Barriere? Ich sehe es halt von hier nicht ganz genau. Ja, hier ist sowas. Sowas wie da drüben. Äh, sowas Schräges. Aber was mache ich da mit dem? Äh... Jetzt musst du nur nochmal nach da... nach hinten. Ähm... Wie kommst du zurück? Zurück? Also ich muss jetzt durch dieses Portal wieder springen, oder wie? Ja, aber... Ja, aber... Ach so, ja. Komm. So kommst du wieder zurück. So, und dann mache ich... Da eins hin. Kannst du zurück. Geht der auch? Yay! Und dann kannst du da oben irgendwo ein Portal erstellen, oder? Oder muss ich jetzt nochmal das gleiche machen und du machst das jetzt mit den Brücken? Ich glaube, das wäre so. Ja, ich glaube, ich muss jetzt irgendwas mit Brücken machen. Ja, und ich muss jetzt hier... Irgendwie... Ähm... Ja, jetzt muss ich das mit dem Katapult machen. Ich muss das mit dem... Mit den Brücken machen. Ich muss jetzt... Da nach oben... Aua! Ich triff das Portal irgendwie beim ersten Mal nicht. Seltsam. Also nicht seltsam. Ich triff es nicht. Ja, das könnte... Ja, das sollte so funktionieren. Und dann... Da hin... Und... Ah, das andere. Und... Ah... Lieg! So... Okay, überlegen... Äh... Oh, er hat sich fast runtergefallen. Lauf, 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 lauf! Ähm... Ist da bei dir irgendwo ein Polizeiauto? Das wärst du eines... Oh... Nein, bei mir ist keine... Keine Polizei. Oh... Ah... Warten Sie, bevor Sie mich verhaften. Ich muss noch schnell. Fertig, let's play. Ui, ich bin hier. Hinter dir. Achso, okay. Damit alles noch aufregender wird, warte ich die Montageeinheit euch nicht neu zu montieren. Sie lehnte ab. Verständlich. Das wäre, als würde man mich bitten, mit den Testen aufzuhören. Es wäre dennoch aufregend gewesen. Wow. Wie sie dich ignoriert... Lalalalala... Ähm... Ja... Mach mir wieder. Ja... Ja... Du kannst... Ende. Okay... Das war ein weiterer Part zur Let's Play Puddle 2, den Co-op. Mit mir, Senti4338 und... mir, der im Floh.